Hallo, ich bin jetzt an meiner Rotkappenstelle. Heute ist der 1. Oktober 2021. Hier sind lauter Zitterbappeln und ich habe auch schon was gefunden. Hier ist schon mal eine Espenrotkappe und hier ist eine ganz kleine. Und schaut mal hier, das sind schon schöne Kerlchen. Eins, zwei, drei, vier. Die kleinen lasse ich stehen und die anderen nehme ich mal mit. Mal weiter gucken. Hier ist mein nächster Fund. Was das genau ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht eine alte Rotkappe. Mal schauen. Das ist ein Birkenpilz, aber den lassen wir stehen. Der ist schon zu alt. Den lassen wir hier aussporen. Und hier ist schon der nächste. Die sind alle noch sehr klein, also das scheint jetzt erst anzugehen. Da hinten sehe ich auch noch einen. Die sind also noch sehr klein, aber in dem Gras sieht man sie schön, weil die so rot sind. Und da steht das nächste Exemplar. Schön fest sind die. Die Espenrotkappen erkennt man daran, dass der Hut unten umgebörtelt ist nach innen und dass sie eigentlich vom Erscheinungsbild eher weiß sind mit leicht rötlichen Schuppen und sind sehr fest im Fleisch. Leider werden sie beim Kochen schwarz, aber ich tue sie ohnehin banieren. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Der ist nicht ganz so schön, aber schön fest. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Da sind wieder zwei Bürschchen. Herrliche Rotkappen. Ja. Die Espenrotkappe, Entschuldigung, die harmoniert mit der Farbe von dem Blatt von der Zitterbubble. Manche, die kriegen so eine rote Herbstfärbung. Und das ist genau dieser Farbton. Wenn das Blatt so da liegt, könnte man meinen, es wäre so eine Rotkappe. Die Natur ist schon wunderbar. Und da ist wieder der nächste Kollege, auch ein schönes Teil. Hier gibt es noch mehr Espen. Mal schauen, ob ich hier auch was finde. An dieser Stelle gab es jetzt leider nichts zu finden. Diese Birke hier, die ist schon abgestorben, schon lange. Das sind die Folgen von 2018, 2019. Aber die Natur erholt sich wieder langsam, weil es war sehr trocken gewesen und sehr dürr. Ja, wo sehen sie denn? Ja, da ist ja wieder einer. Jetzt habe ich mich auf dem Stachel gekniet. Hier, kurze Hose an. Ja, schönes Kerlchen, die Espenrotkappe. So, jetzt habe ich die Pilze zu Hause. Jetzt zeige ich sie nochmal. Das sind alles Espenrotkappen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einer zwanzig, zweier zwanzig, dreier zwanzig, vierer zwanzig, vierer zwanzig, fünfer zwanzig, sechser zwanzig, siebenundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig Stück. So. Das war es dann, die Espenrotkappe. Ich zeige noch mal von unten, wie man sie erkennt. Die hat die Huthaut unten so umgebärtelt. Da ist noch ein bisschen Limos. Oben dieses fuchsrote Kappe, weißer Stiel und wird bei Druck schwarz, das macht aber nichts. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oder abonniert meinen Kanal. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Hallo, jetzt mache ich noch ein Video, wie wir diese Rotkappen, die wir gefunden haben, wie die Elke das spaniert. Also hier sind die Rotkappen geschnitten in Scheiben. Da hat sie sie in Ei reingelegt und hier macht sie Semmelbrösel. Und dann kommen die hier in die Pfanne. Und hier ist die Elke. Sag mal Hallo. Hallo. Die Elke macht es besonders gut. Und dann schmecken die ganz lecker. Ich komme dann in der Erkstraße. Mit der Erkstraße.